Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich will Ihnen eine aktuelle Einschätzung zur Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus geben und dabei umreißen, welche Maßnahmen wir in Offenburg und den Ortsteilen getroffen haben. Tage wie diese erleben wir nicht oft. Gott sei Dank. Es handelt sich um eine Ausnahmesituation, die mit vielen Herausforderungen für uns alle verbunden ist. Und lassen Sie mich eines klar sagen. Panik ist in keinem Fall angebracht. Auf der anderen Seite darf man den Ernst der Lage ebenso nicht verkennen. Das Coronavirus verbreitet sich äußerst rasch. Seine Auswirkungen auf die Gesundheit, vor allem bei älteren und schwächeren Menschen, sollten wir sehr ernst nehmen. Aus Italien hören wir von völlig überlasteten Ärzten und Krankenschwestern. Eine solche Situation wollen wir unbedingt verhindern. Das gelingt aber nur mit außergewöhnlichen Maßnahmen und Ihrer Mithilfe. Ich habe deshalb in Absprache mit dem Verwaltungsstab Corona Regelungen beschlossen, die auf den Aufforderungen der baden-württembergischen Landesregierung beruhen. Alle Vorsichtsmaßnahmen, die derzeit getroffen werden, sind überaus wichtig. Denn wir werden die Ausbreitung des Virus nicht aufhalten können. Was wir aber tun können, ist, die Ausbreitung zu verlangsamen. Und damit tragen wir dazu bei, dass die Kapazität unseres Gesundheitssystems nicht überlastet wird. So steht unsere medizinische Infrastruktur in vollem Umfang für die Erkrankten zur Verfügung. Ab kommenden Dienstag bis zu den Osterferien werden alle Schulen und Kindergärten geschlossen bleiben. Der Notbetrieb ist aber sichergestellt. Das heißt, für alle Elternteile, die an der Arbeitsstelle unabkömmlich sind, werden Gruppen eingerichtet. Diese werden ungefähr ein Zehntel der Kinder der normalen Betreuungskapazität aufnehmen können. Vorrang haben Eltern, die in sensiblen Berufen arbeiten, wie bei der Polizei, der Feuerwehr, dem Krankenhauspersonal, den Ärztinnen und Ärzten, im Bereich des ÖPNV und im Lebensmittelhandel. Auf unserer Webseite, offenburg.de, finden Sie ein Formular und weitere Informationen zur Anmeldung für diese Notgruppen. Die Anmeldung muss bis Montag 13 Uhr erfolgen. Örtliche Veranstaltungen und Versammlungen mit mehr als 50 Teilnehmenden werden untersagt. Sämtliche städtische Veranstaltungen sind abgesagt. Der Wochenmarkt findet jedoch wie gewohnt am Dienstag und Samstag statt. Alle städtischen Einrichtungen bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Dazu zählen unter anderem das Freizeitbad, Stadtbibliothek, Volkshochschule, Museen und auch die Musik- und Kunstschule. Aber auch Rathäuser und Ortsverwaltungen bleiben für die Öffentlichkeit geschlossen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aber wie gewohnt während den üblichen Zeiten für sie erreichbar. Alle wichtigen Kontaktdaten finden Sie auf unserer Webseite. Liebe Offenburgerinnen und Offenburger, Regelungen allein werden nicht ausreichen. Wir sind auf Ihre Hilfe angewiesen. Einige Mitmenschen werden von dieser ereignisreichen Zeit mehr betroffen sein als andere. An manchen Stellen wird es vielleicht nötig sein, für die Nachbarn, die zu Hause bleiben müssen, Einkäufe zu erledigen. Pflege- und Betreuungskräfte sowie Krankenhauspersonal werden hohe Belastungen ausgesetzt und arbeiten über die Grenzen hinaus. Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank. Verständnis, Selbstverantwortung und gelebte Solidarität sind jetzt gefragt. Deshalb richte ich mich mit diesem Appell an Sie. Ich möchte Sie bitten, seien Sie hilfsbereit, Ihrer Familie, Verwandten und Nachbarn gegenüber, die Ihre Unterstützung brauchen. Doch eines soll auch gesagt sein. Wir sind sehr gut aufgestellt. Die Stadtverwaltung arbeitet eng mit dem Landratsamt, dem Gesundheitswesen, der Feuerwehr und der Polizei zusammen. Die Vorlaufzeit, die wir haben, nutzen wir klug und besonnen, um uns alle bestmöglich zu schützen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir bewahren Ruhe und blicken nach vorn. Gemeinsam meistern wir diese Herausforderung.